So, jetzt aber mal nochmal vernünftig einen wunderschönen guten Abend, meine lieben Forellen-Freunde. Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Stream hier am Mittwochabend, wie immer, kurz nach 20 Uhr oder heute auch schon ein paar Minuten später als 20 Uhr. Und heute geht es in eine neue Runde, meine lieben Freunde. Und ja, die Frage kam schon. Ohne Cap? Ja, heute mal ohne Cap. Ihr seht's, heute war, äh, ja, ein Tag, wo ich, hab ich die Termine hatte im Job. Das heißt, hier noch schön im edlen Zwirn quasi und dafür mit einsetzenden Locken wieder. Ich hab eigentlich lockiges Haar und je länger die werden, je lockiger wird's. Ähm, ja, die setzen wieder ein. Das heißt, für mich ist mit wieder Zeit zum Friseur zu gehen, ihr Lieben. Ja, machste nix. So, heute ist der Max ohne Cap, ohne Cap sieht er älter aus, ist auch so. Das Witzige ist ja, das ist eigentlich so eine mega gemeine Frage. Meistens, wenn ich neue Leute kenne, dann frage ich, wie alt die, wie alt die mich schätzen. Und dann komme ich so, ah, 34, 35, 36. Ja, äh, ich bin aber tatsächlich erst, äh, 29. Ja, für viele ein kleiner Schock. Für viele ist das dann peinlich, aber das ist immer ganz witzig mit, äh, neuen Leuten, wenn man sowas, wenn man sowas raushaut. Sascha, der Angler, zu viel Werbung, nervt auch manchmal absolut. Nehme ich dir recht, allerdings, ähm, oh, was haben wir denn hier? Ich muss erst mal gucken, was ging hier schon. Patrick Troutfishing hat rein abonniert bei mir in den Chat vor, nicht rein abonniert, aber ein Deadman Follow dagelassen, vor 20 Stunden. Henny Rosin vor 11 Minuten, 13 Monate ununterbrochen. Ja, Männer, ja, sehr nice. Und Carniboy unter Strich 10 folgt mir auch jetzt. Carniboy, einen wunderschönen guten Abend. Ja, ihr Lieben, heute ein paar Themen im Stream, ein paar schöne Sachen, ein paar nicht so schöne Sachen, denke ich, ähm, ja, muss mal gucken. Und ja, wie gesagt, so viel Werbung nervt manchmal, sagt der Sascha, Sascha, der Angler, ja, bin ich bei dir, allerdings, muss ich sagen, die Mütze habe ich schon seit Tag 1 auf. Das ist quasi irgendwo so mein Markenzeichen. Äh, inzwischen, die Jara-Kappe liegt zum Beispiel neben mir, die, äh, hau ich ja jetzt auch nicht immer, ziehe ich mir die auch nicht immer an. Wie gesagt, heute quasi hier noch so ein bisschen Business-Outfit, sage ich mal, ja. Und, äh, und mit, wie gesagt, nicht gemachten Haaren, weil heute war echt ein harter Tag. Aber war gut, ein guter Tag. So, Udo Rohrbeck hat sich gedacht, komm, wenn er Henning Rosin auch schon so lange dabei ist, abonniere ich auch nochmal rein, auch schon seit 12 Monaten dabei. Vielen, 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 vielen Dank. So, ihr Lieben. Starten möchte ich den Stream, ich möchte uns nicht die Stimmung so ein bisschen kaputt machen, aber ich denke, man muss es, man muss es ansprechen, da auch. Ähm, oder ich möchte es zumindestens ansprechen, ähm, ihr habt es vielleicht alle gesehen auf Facebook, teilweise auf Instagram. Ähm, ja, es geht da um den, um den Mike. Der Mike ist eine lange Zeit vermisst worden, so möchte ich es mal formulieren. Ähm, wie jedem, den ich bisher gesprochen habe, die sagten, der Mike war ein sehr lebensfroher Mensch, der immer eigentlich gute Laune hatte und Spaß hatte. Und, äh, ja, mit dem man eine Menge guter Zeiten irgendwo hatte, in Anführungsstrichen, ähm, ich persönlich bin auch ehrlich, ich hatte, ich hatte nicht den riesen Kontakt zu Mike. Ich glaube, wir haben uns mal am Wasser getroffen, wenn mich nicht alles täuscht. Ähm, so geschrieben haben wir auch nicht. Allerdings, als ich gelesen habe, dass quasi einer aus unseren Reihen, aus unserer Community irgendwo vermisst wird, ähm, da kriegt man schon ein sehr komisches Gefühl. Und wo ich dann jetzt Anfang der Woche, ähm, ja, gehört habe oder gelesen habe vielmehr, dass, dass sie Mike gefunden haben, dass der Mike nicht mehr unter uns ist, das hat mich schon getroffen. Wie gesagt, es ist jetzt nicht, es war jetzt kein Kumpel oder kein Freund oder wir hatten auch nicht, wie gesagt, mega den Kontakt, aber trotzdem ging mir das irgendwo nah. Ich denke, das war halt irgendwo einer von uns, so aus unserer, meine Freundin sagt immer, Max, das ist deine Social Media Bubble. Also es sind so die Leute mit den gleichen Interessen, den gleichen Hobbys, die dich umgeben. Und so denke ich, das hat man immer. Und, ähm, ja, den haben sie auf jeden Fall gefunden. Ähm, Sascha, der Angler fragt, weißt du Neres, Max? Nein, leider nicht. Ich weiß halt wirklich nur, dass es ein, ja, dass der Mike eigentlich ein sehr, sehr, sehr lebensfroher Mensch, wie gesagt, war gut drauf, war, sich auch noch bis zuletzt, ich sag mal, für das Thema Angeln interessiert hat. Der hat ja auch den, oder einen der Hardbaits bei Kevin Eickham zum Beispiel gewonnen zum Test. Und, ähm, ja, dass es für alle ein Schock war, dass der plötzlich, äh, plötzlich halt eben vermisst wird. Dass es dem nicht gut geht. Wie gesagt, ich persönlich hatte nicht so den wahnsinnigen Kontakt oder generell Kontakt mit ihm. Ich weiß, dass er zum Beispiel mit dem Balzer-Team, äh, besser bekannt war, sag ich mal, dass sie zusammen unterwegs waren. Oder sie dabei waren, quasi sich richtig kennenzulernen, sag ich mal. Oder auch, wie gesagt, mit Kevin Eickham, allerdings nicht direkt, ich hatte halt keinen direkten Kontakt zu ihm. Allerdings, den Namen kannte man, man hat immer auch die Posts von ihm gelesen und gesehen. Und, fand ich schon sehr, sehr traurig, dass das Leben hier an der Stelle ein viel zu kurzes Ende genommen hat. Ähm, ich denke, dass, äh, Sascha, der Angler, ich, äh, erlaube den Post mal hier steht, dass er eben, ja. Äh, äh, genau, ihr schreibt es gerade schon im Chat. Der war Papa, Bruder, Sohn, natürlich auch, der hatte eine Familie. Und, ähm, ja. Er hat einen Abschiedsbrief hinterlassen, ist dann, wie gesagt, verschwunden. Und ist dann Montag wohl im Laufe des Tages gefunden worden. Ergo gehe ich davon aus, äh, dass das kein, dass das kein natürlicher Tod war. So möchte ich es mal sagen. Es liegt, es liegt sehr nah. Ja, und das ist nie schön. Ich kann euch das aus eigener Erfahrung sagen. Ähm, wo ich noch klein war, hatten wir auch einen Suizid bei uns in der Familie. Ähm, ein näherer Angehöriger von mir hat sich, äh, ich bin noch nicht mal 30 Jahren, ähm, auch das Leben genommen. Und hat uns vor einer, von einem großen Problem gelassen. Dadurch hat sich das gesamte Zusammenleben innerhalb, ich sag mal, jetzt nicht meiner direkten Familie, aber meines Familienumfeldes, sag ich mal, ja. Meiner, meiner Großfamilien, Anführungsstrichen, hat sich sehr stark geändert. Gerade, weil ich, je älter ich wurde, auch ihm sehr ähnlich sah. Und, ähm, das war nicht einfach für die direkten Hinterbliebenen, sag ich mal, ne. Wenn man sich dann auf jedem Familienfest sieht und, ja. Das Leben ist manchmal sehr kurz, manchmal auch sehr ungerecht. Und, ähm, der Sascha hat es schon geschrieben, die Psyche ist manchmal ein A-Loch, ja. Genauso ist es. Manchmal hat man Dämonen im Kopf, mit denen man lange Zeit versucht, selber klarzukommen. Ist aber irgendwann den Kampf alleine dann verliert. Und dann für den Moment keinen Ausweg mehr sieht. Nicht mehr weiß, ähm, wie man die Situation vielleicht bewältigen soll. Und auch vielleicht nicht den Mut, die Kraft hat oder auch sich selber nicht eingestehen kann, ähm, dass man Hilfe braucht. Und dass man eben nicht immer nur derjenige ist, der stark ist, der, ähm, wo man sagt, das mache ich mit mir alleine aus. Das Problem habe ich zum Beispiel auch. Ich, äh, nehme auch nicht gerne Hilfe an. Oder ich frage nicht gerne nach Hilfe. Oder, ähm, ich bin der Meinung, gerade so bei mir hier im direkten Umfeld, ne. Ich bin der Papa. Ich bin der, muss stark sein. Ich muss, äh, kämpfen. Ich muss, äh, die Dinge vernünftig auf die Kette bekommen. Und, ähm, das ist so ein Kopfding. Leute, das sage ich euch. Und ich denke auch gerade bei Mike, wie gesagt, ich kenne Nick, ich kenne die Hintergründe nicht. Aber ich denke mir, dass das halt, äh, ja, vielleicht auch ein Stück weit die Dämonen bei ihm im Kopf waren, die die Überhand gewonnen haben über die Vernunft, über den Rückhalt, über die, wie soll ich das erklären, über die Bodenständigkeit. Das ist wie so eine Waage, stellt euch das vor. Auf der einen Seite ist derjenige, der sagt, ich kann das und es wird besser und ich stehe das durch. Auf der anderen Seite sitzen halt eben diese, diese Dämonen, die dir Bilder im Kopf, negative Emotionen erzeugen und irgendwann verlierst du den Kampf. Irgendwann hält das nicht mehr die Waage und irgendwann kippt das um. Und dann fällst du in ein Loch und, ähm, kommst dort nicht mehr raus. Und du hast auch nicht das Gefühl, dass jemand dir helfen kann, um dort rauszukommen. Also, wenn du an diesem Punkt bist, brauchst du entweder Leute in deinem direkten Umfeld, die sich damit auskennen, die so eine Situation vielleicht schon mal hatten, bei denen die Alarmglocken läuten und man merkt, okay, auch wenn das nicht schön ist, ähm, wir sorgen jetzt dafür, dass derjenige professionelle Hilfe bekommt. Das sind dann, wenn man im Volksmund sagt, man lässt denjenigen einweisen. Das ist so, wenn solche... Gefühle, Verdachtsmomente im Raum stehen, dass jemand nicht weiterkommt, sich oder sich selbst immensen Schaden zufügt. Dann geht man üblicherweise diesen Schritt und lässt ihn wirklich gegen seinen Willen einweisen. Das ist hart. Das erzeugt dann meistens auch ein... Wie soll ich das erklären? Ein gewisses Unwohlsein, ein Moment, wo man auch Angst davor hat, wie reagiert der Gegenüber, den ich jetzt habe einweisen lassen, spricht ja noch mit mir. Allerdings ist das manchmal das Beste. Dann bekommt er auf jeden Fall die Hilfe, die er braucht. Und wenn es ihm oder ihr wieder besser geht, dann arbeitet man das auf und dann erkennt der Mensch meistens auch, dass es doch das Richtige gewesen ist, dass die Leute so reagiert haben. Also Leute, ähm, Ich wünsche mir bitte diesem Anlass zwei Gefallen, bitte. Ja? Zum einen, wenn es euch nicht gut geht, wenn ihr merkt, ihr seid in eurem Leben an einem Punkt, wo ihr komische Gedanken bekommt, wo ihr Existenzängste bekommt, wo ihr das Gefühl habt, nur noch funktionieren zu müssen, dann sprecht mit jemandem darüber, sucht euch auch gerne psychiatrische Hilfe. Das ist keine Schande. Ich zum Beispiel vertrete die Meinung, dass wir uns mehrfach im Jahr durchchecken lassen. Wir gehen zum Zahnarzt, wir gehen ab einem gewissen Alter bestimmt auch regelmäßig zum Urologen, man geht zum Orthopäden, man geht zum Augenarzt, man geht zum Ohrenarzt, man lässt alles prüfen und sorgt dafür, dass der Organismus, der Körper funktioniert. Was man aber nicht regelmäßig kontrollieren lässt, ist den Geist, Kopf. Und der ist das, was das Ganze am Laufen hält, um den kümmert man sich nicht, sondern um den wird sich meistens nur gekümmert, wenn es schon zu spät ist. Und ich bin der Meinung, dass zu einem gesunden Menschen auch eine dauerhafte psychologische Betreuung gehört. meine Meinung. Ich finde, das sollte ein normaler Regeltermin sein, wie der alljährliche Termin meinem Zahnarzt. Einfach mal mit jemandem offen über Dinge sprechen zu können. Ohne die Angst, wie denkt der Gegenüber jetzt über mich? Verliere ich mein Gesicht? Oder dass es einem peinlich ist, dass man sich denkt, ich bin kein Mann mehr oder ich bin jetzt nicht der Starke oder ich kann nicht funktionieren. Und ich glaube, das ist eine ganz wichtige Geschichte, Leute. Tut es einfach mal. Ich bin der Meinung, wie gesagt, da sage ich auch ganz offen, das ist eine ganz wertvolle Sache. Kümmert euch da auch um eure Antriebsmaschine da oben, um euren Kopf. Das ist eine ganz wichtige Sache. Weil häufig, kann ich euch auch, wie gesagt, aus Erfahrung sagen, Knochen und Fleisch heilt meistens wieder. Der Geist und der Kopf nicht unbedingt. Da wird der Knacks immer bleiben. Der ist mal mehr und mal weniger da. Der wird aber immer da sein. Und je mehr man das schleifen lässt, je tiefer werden die, je tiefer wird dieser Knacks, Leute. Also kümmert euch da ein bisschen um euch selbst. Wenn ihr an so einem Punkt seid und ich glaube, an dem ist jeder im Leben mal, sucht euch da Hilfe. Es gibt da eine Möglichkeit, sehr, sehr schnell, ich sag mal, zu so einem psychologischen Notdienst zu gehen. Die helfen euch sofort, sind sehr gut geschult, sehr kompetent. Macht das am besten, bevor es zu spät ist. Oder wenn ihr Kumpels, Freunde, Familie habt, wo ihr merkt, wenn ihr merkt, da ist jemand, der immer in sich gekehrter wird, der komische Wesenszüge bekommt oder wo ihr das Gefühl habt, es funktioniert nicht richtig. Recht ihn drauf an. Habt da keine Angst vor. Und wenn ihr dem sagt, mir ist das aufgefallen, ist wirklich alles in Ordnung, ich mache mir nur Sorgen um dich, ich möchte nichts Böses. Vielleicht hilft das was. Vielleicht könnt ihr dort denjenigen nochmal aus solchen Gedanken retten. Ich kann euch eins sagen, Leute, die Psyche, die der Sascha, der Angela schreibt, die Psyche schlägt Erbarmungslust zu. Das ist auch so. Das ist ein Loch, in das ihr fallt. Und ihr kommt dort nicht mehr raus. Glaubt es mir alleine. Das funktioniert nicht. Also, wenn was sein sollte, sucht euch Hilfe. Achtet ein bisschen auf eure Mitmenschen. Achtet auf euer Umfeld. sorgt auch in der Hinsicht füreinander. Man probiert, wie gesagt, immer für den Nächsten zu sorgen mit Geld, mit Streichleinheiten, mit Liebe, mit Aufmerksamkeit. Sorgt auch vielleicht ein bisschen dort füreinander. Das nur so als Tipp. Wie gesagt, auch wenn ich den Mike nicht stark persönlich kannte, war mir das Thema trotzdem wichtig. Und ich denke, wenn ich euch das zumindest mitgebe, das hilft vielleicht euch nochmal. Ja. So. Also. Das war mir nochmal wichtig, das anzusprechen. Uwe Jahr schreibt schon, auch für ihn ein sehr sensibles Thema, hat gerade viel durchgemacht. Verstehe ich. Ich fand es nochmal wichtig, Leute, den Appell dort an euch rauszuhauen, dass auch kein Laberus Scheißibus gerade von mir oder kein möchte irgendwie die mich wichtig tun oder sonst was. Denkt einfach mal ein bisschen drüber nach. Und die Familie dort von Mike und natürlich auch Uwe, dir und deiner Familie. Alles Gute für euch. Ja. Viel Kraft in der Zeit. Aber jetzt würde ich sagen, nach so einem schweren, bösen Thema, beschäftigen wir uns mal mit ein bisschen was anderem. Das war vielleicht ein harter Cut, ich bin eigentlich kein Freund für, aber lasst uns mal mitfassen. Ja, Uwe, es ist ein Kampf, du schreibst es, es ist ein Kampf, aber ich kann dir eins sagen, den den Kampf kann man gewinnen. Wie gesagt, wir haben bei uns da schon sehr viel durch. Ich habe es jetzt vor ein paar Wochen zum Beispiel nicht erzählt, aber dieses es gibt halt immer viel. Als Beispiel vor ich schätze vier Wochen, dreieinhalb Wochen ist auch noch so eine kleine negative Geschichte. Ich mache mal, ich möchte da kein Mitleid für haben, aber es ist vielleicht, also ist jetzt niemand gestorben. So, Uwe, ich hoffe, dann ist das so ein bisschen Allerdings direkter Familienangehöriger von mir, ja, im direkten Verwandtenkreis, ich hätte schon seit Monaten immer wieder Probleme mit den Nieren, die Nierensteine gehabt und hat sich untersuchen lassen und die Ärzte haben nie was gefunden. Bis dann vor ein paar Wochen wieder extrem viel Blut im Urin war und dann haben sie es nochmal untersucht und dann kam raus Nierenkrebs. Krebs in der Niere. Da hilft auch nichts. Die Niere musste operativ entfernt werden. Ist auch jetzt entfernt worden und abschließend, also es war jetzt wirklich harte Wochen. Wir hatten Glück, dass es so schnell geht, dass er direkt in einer, der Familienangehörige in einer, in einer Klinik lag, die zufällig auf genau das Thema spezialisiert war. auf diese Art von Erkrankungen hier bei uns in Bielefeld und von daher konnten die relativ schnell reagieren, konnten viele Voruntersuchungen machen und wie gesagt, die Niere konnte entfernt werden. Es ist aber inzwischen alles gut. die ganzen Entzündungswerte und alles, alles geht bergauf. Der oder diejenige ist schon zu Hause und sagt, mir geht es jetzt ohne das Ganze besser als vorher. Es war noch nicht so ganz raus, ob der Krebs vielleicht gestreut hat. das ist noch nicht so ganz das ist noch nicht raus, ob der gestreut hat, ob da noch andere Organe von betroffen sind. Nee, zur Dialyse muss er nicht, weil die andere Niere stark genug ist, möchte ich es mal formulieren. Es passt alles noch. Er weiß, was in ein paar Jahren ist, aber erst mal funktioniert. Aber das sind auch so Sachen. und das kann ich verstehen. Man hat viel durch und man hat eh schon viel Stress und plötzlich klingelt dein Telefon und man macht sich Sorgen und dann kommt sowas, kommt so eine Hiobsbotschaft. Und ja, dann stehst du da und denkst dir, das kann doch nicht wahr sein. Das ist es, Uwe schreibt es auch gerade, mir hat Angeln mega geholfen, darüber hinweg zu kommen. Das ist auch so. Da auch, ich bin zum Beispiel Mensch, ich lenke mich dann auch gerne ab, mit Dingen, die mir Spaß machen. Haben mir dann auch direkt, wo ich das erfahren habe, nach Hause gefahren, habe viel mit Oskar gespielt. Das war übrigens auch der Tag, wo der Stream ausgefallen ist. Vor ein paar Wochen, erinnert ihr euch? das war der Tag. Da war ich auf dem Weg quasi von der Arbeit nach Hause und dann kam diese Nachricht. Und dann habe ich sofort gesagt, Leute, ich brauche jetzt was anderes, geht jetzt nicht, ich brauche jetzt ein paar, also, der Stream muss heute Abend ausfallen, ich habe es ja nicht näher begründet, aber das war quasi der Grund dafür. Heute kann ich drüber reden, weil es ist ein bisschen besser gelaufen als gedacht. Bisher, wie gesagt, ob der Krebs noch irgendwie gestreut hat und nicht, wissen wir auch noch nicht. Das erfahren wir aber auch in ein paar Tagen. Von daher, Uwe, wie gesagt, es läuft häufiger schlechter, als man denkt, aber man kämpft und irgendwie geht es danach weiter. So vielleicht. Wie sieht das aus? Das auch meistens ist eine Chance. Du hast es richtig geschrieben, füreinander da sein, noch weiter zusammenrücken und füreinander da sein. Auch wichtig da, soll nicht blöd klingen, ich bin immer ein Mensch, der seine Emotionen an sich reinfrisst, wobei das eigentlich falsch ist. Man muss Emotionen zulassen, darf sich nicht von Emotionen kontrollieren lassen, aber es ist wichtig, dass man Emotionen lebt und auch diese negativen Emotionen zulässt, dass man auch die Trauer zulässt, dass man auch mal weint. Das ist auch keine Schande, auch wenn das in unserer heutigen Gesellschaft verpönt ist. Wie kann man als Mann nur weinen, wie kann man nur so Gefühle zulassen? Weiß ich nicht. Ganz komisch. Aber es ist bei uns so, aber auch da sage ich euch Leute, lasst diese Gefühle zu. lebt das, weil ihr nur so habt, ihr die Möglichkeit, darüber hinweg zu kommen, als wenn ihr das probiert wegzuatmen, weg zu abzulenken, zu sehr abzulenken, dass ihr das nicht mehr wahrnehmt. das war so als Tipp. Aber so, wie gesagt, soll jetzt auch reichen, nur dass ihr mal Bescheid wisst. Wie gesagt, auch bei mir ist immer sehr, sehr viel los und mir war es wichtig, über so das Thema gerade mit dem Mike nochmal zu sprechen, das nochmal anzusprechen. Also da wünsche euch allen Kraft. Es war mir nochmal wichtig, wie gesagt, darüber zu sprechen, über so ein sensibles Thema und Uwe schreibt, aber als Vater muss man stark sein. muss man nicht, habe ich rausgefunden. Ist auch so. Es ist ganz natürlich, zum Beispiel auch mal seine Kinder in den Arm zu nehmen und zu sagen, wir sprechen jetzt drüber, das kostet bestimmt ein oder andere Tränchen, aber auch das schweißt zusammen. Doch das wird deinen Kindern zeigen, dass du ein emotionaler Mensch bist. auch du Emotionen zulassen kannst. Das macht auch viel menschlich. Aber jetzt müssen wir auch das Thema wechseln, weil wie gesagt, jetzt langsam kriege ich auch Pippi in den Augen und wir wollen ja eigentlich hier einen Stream machen, Leute. So. Was hat der Max denn Schönes? Wie gesagt, wir wechseln jetzt einfach mal hart das Thema, Leute. Wie gesagt, sorry, aber sonst, wir wollen ja noch ein bisschen was hier machen. So. Leute, sollte ich euch mal was verraten. Wochenende war es ja ziemlich still um mich, ne? Guckt mal, was der Max hier hat. Was seht ihr hier, Leute? Was ist das Ganze? Was könnte das sein? Weiß nicht, der ein oder andere hat vielleicht schon bei Facebook die Posts gesehen oder gelesen, aber vielleicht sagt dem einen oder anderen ja das hier was. Herz gerockt, Glückwunsch, du sag Glückwunsch. Ich habe nichts gerockt. Ich habe wohl mitgemacht, aber ich habe nichts gerockt. Ah, Platz 32. Ja, nicht ganz. Ich habe mich heute vertan. Tommy, ich hatte das noch im Auto liegen. Es ist Platz 33. So. Platz 33 bei der Paladin Throat Competition 2020. So. Kein bombastisch, also andersrum. Man könnte auf den ersten Hinblick meinen, Platz 33, äh, was ist das denn? So. Ihr müsst euch aber klar machen, Leute. Das war das Finalangeln. Was bedeutet das? Ah, Krisa, haut direkt die 100 Bits raus, schreibt Glückwunsch. Ja, vielen Dank, Krisa. Dankeschön. Ähm. Mega 32 Profis und dann kannst du Uwe, exakt so war es. Das ist wirklich kein Witz. Exakt so ist es. Nikio, haut auch nochmal 102 Bits raus. Leute, ich habe eine Sache ganz vergessen. Wir haben noch gar nicht geguckt, wer überhaupt alles mit dem Stream ist. Sorry. Wir lesen es mal kurz vor. Moderatoren sind wieder am Start. Damiano, Xiaomi angelt und Udo Rohrbeck, meine drei süßen Zuckerschneckchen. Dann haben wir im Chat Alex M89, another TV Viewer, Audis Smurf, der Autohändler des Vertrauens. Wenn ich immer beim Lotto gewinne, kaufe ich beim lieben Audis ein Auto, vorher nicht. Bauer Harms ist mit dabei, Benny 1993 AC, Bing Cortana ist mit am Start, Krisa 82, Commander Root, der Spatte 89. Dido 90 ist mit am Start, Doug Gousovitz, Fanglos, Fishing, Matty, Fishing, Norman, Fishing, Mann, Dennis, the one and only, Frank Forelle, Henning Rosin, Holgeben, Lukas, Unterstrich, 235, Unterstrich, Martin Ouell Fishing, Mats, Trout, Area, unser Nachwuchstalent hier, Mike Fishing Guides, der Mann, der schneller schreibt als sein eigener Schatten und die Guides für uns raushaut, Micha 5458, den Niki Yo, hatten wir gerade schon, Patrick Trout Fishing, Ralf Dresler, Remi E46, Sascha der Angler, Spike Trap, Claire ist wieder mit am Start, Steph 79, Thomas EDF21, Titz Cloud, Trout Hunter UK, Trievel, Tutti Trouta Uwea und Virgo Protz, das ist auch immer ein Name zum Schluss, aber sei es drum, und ihr dreht schon wieder völlig am Rad hier, wir haben Steph 79, der die 100 Bits rausgehalten hat, Niki Yo, hat die, das letzte Geld, was er eigentlich für einen Kogobi Automaten gespart hat, rausgehauen, 28 Bits hier, tut die Trouta nochmal mit 100, Fishing Norman, zappt hier rein, mit einem Prime Sub, vielen lieben Dank dafür, Krisa auch nochmal 100 Bits, Lukas 100 Bits, Krisa 45 Bits, Micha haut 200 Bits raus, und Trout Hunter UK auch nochmal die 100 Bits hinterher, Leute, vielen, vielen, vielen Dank, ist das schön, Wahnsinn, cool, vielen, vielen, vielen lieben Dank, ihr lasst hier rechts, ja, schon wieder den Chat, richtig glühen, nur mit Bitspenden, also, lange Rede, großer Sinn, Uwe Jahrhatz fast richtig zusammengefasst, 32 Profis und dann kamst du, exakt so sieht es aus, auch ein blindes Huhn findet mal einen Korn, ich bin da angetreten mit dem Ziel, nicht letzter zu werden, warum, warum, man muss dazu sagen, Leute, ich bin jetzt nicht der übelste, krasseste Tremerellerangler, ist einfach nicht mein, nicht mein Bereich, ist einfach so, die anderen sagen würden, nicht mein Tanzbereich, das ist auch mal so ein Spruch, den ich häufiger höre, das ist auch so, da bin ich nicht so wahnsinnig stark drin, was schade ist, also da muss ich mich auch noch so ein bisschen in die richtige Richtung entwickeln, im nächsten Jahr, vielleicht mal wieder ein paar Events mitfischen, weil ich denke, auch das sollte man können, denn ich sage es nach wie vor, Tremereller ist eine Bank und wenn er es richtig beherrscht, da mit UL gegen anzuangeln, wird hart, kann ich euch sagen, ich denke, es ist machbar, weil wir schneller sind im UL, mit allem, aber es ist ganz hart, sage ich euch, wer in Tremereller sein Handwerk beherrscht, gerade mit Teig, wenn du richtig Teig angeln kannst, also rasiest du, übelst, ich kenne jetzt nicht von, was die Oppas mit ihren, mit ihren Welspropfen da irgendwo am Forensee machen, sondern wirklich richtig gutes Teig angeln, wie zum Beispiel Patrick Winkelhorst, oder auch viele andere, die da wirklich da waren, dann siehst du alt aus, glaubt es mir, aber wie gesagt, lange Rede, kurzer Sinn, es haben im Jahr 2020, das ist das Finale 2020, haben glaube ich 10 Events, oder nee, 12 Events, 12, 10, irgendwie sowas, Events stattgefunden, und es gab immer pro Event ja nur ein paar Final-Tickets, die man gewinnen musste, das läuft ja so, der Beste von dem Tag, darf sich zuerst ein Präsent von dem Eistisch aussuchen, und natürlich nimmt er fast immer das Ticket, jetzt sei denn, er hat schon ein Ticket, dann nimmt er einen normalen Preis, aber ihr müsst euch klar machen, aus diesen 10 Wettkämpfen, oder 12 Wettkämpfen, insgesamt gab es nur 40 Tickets, und diese 40 Tickets, wer diese Tickets hat, der konnte eben an diesem Tag mitangeln, und ich hatte eins, Leute, ich hatte eins, habe ich mir verdient, gibt es auch ein Foto auf Instagram, ist nicht, dass ich es geschenkt bekommen habe, oder irgendwie Social Media Bonus, oder so ein Scheiß, nee, habe ich mir ganz normal erangelt, Mal lange Rede, kurzer Sinn, ihr müsst euch klar machen, das sind die 40 besten Anglern von, weiß ich, 300, 400 Leute, die da mitgefischt haben, 300 schätze ich, 300 schätze ich schon, das ist schon eine Hausnummer, also das sind für mich, und das ist definitiv so, bestimmt somit die besten Bienenmaden, und Teigangler, die es irgendwo, Deutschland, Deutschland, Holland, Belgien, gibt, ganz, ganz, ganz sicher, das ist schon ein sehr, sehr, starker, Club dort, eine sehr starke Ansammlung, von echt, mega starken Anglern, mega starken Anglern, und darunter dann Max, und meine Aussage war, von der ersten Sekunde an, und der ich morgens angetreten bin, nicht letzter werden, denn ich bin definitiv schwächer, als jeder andere, der da bei der Veranstaltung war, definitiv, kann das zwar auch ein bisschen, und ich kann euch auch wirklich, einen guten Teichdreher machen, das hat selbst, Patrick Winkelhorst, der hat im Termin, neben mir gefischt, hat gesagt, boah Max, ein Teichdreher, alter Schweder, der ist on point, und das ist auch so Leute, den kann ich wirklich gut, und inzwischen mit Teichangeln, das klappt eigentlich auch ganz gut, aber ich bin angetreten, mit dem Ziel, nicht letzter zu werden, und ich bin nicht letzter geworden, und bin 33. von 40 offiziellen Plätzen geworden, glaube irgendwie 1, 2 oder so, ich weiß, ich weiß die genaue Zahl nicht mehr, an Leuten sind nicht erschienen, zur Veranstaltung, aber offiziell Platz 33 von 40, so, da bin ich ein bisschen stolz drauf, das Ding habe ich, so, und, das passt, und das hat mir wirklich viel Spaß gemacht, waren Einzelangeln, also alleine, nicht irgendwie im Team oder so, natürlich habe ich auch ein paar Sachpreise gewonnen, denn, bei der Pete ist es so, zumindest im Finale, jeder bekommt was, jeder bekommt, einen Preis, und ich habe einen Preis gekriegt, der sogar gar nicht so schlecht ist, gehörte zwar zur untersten Kategorie, aber der war nicht schlecht, so, und zwar war neben der Medaille, das hier mein Preis, da sind ein paar Sachen unten drin, zeige ich gleich, ein mega, mega, mega geiler Cash, kann ich euch verraten, den hatte ich sogar schon, kann ich gleich ein bisschen was zu sagen, und, das Ding ist genial, mit drin war, von Paladin, eine Kopflampe, Leute, also, ich habe jetzt noch, eine weitere Kopflampe, LED, 3 Watt, 60 Lumen, plus, 1 Watt UV, also da ist auch eine UV Lampe mit drin, sehr spannend, dann haben wir, ein schickes Messerchen hier, zack, irgendwie zum, ausnehmen, für die Tieren, whatever, sogar relativ scharf, hätte ich, das finde ich gut, zack, also auch hier, in so einer schicken, man sagt ja, in einer, in einer, Scheide, ne, auch wenn das, ich jetzt vielleicht Ärger kriege, von Twitch, aber es heißt so, mit Gürtelclip, ähm, sehr schön, dann war noch drin, eine Zange, ne, quasi, hier wieder von Paladin, mit, äh, sogar mit, auswechselbarem Clip drin, nicht schlecht, und mit Quetschhülsen, Zange und so weiter, finde ich gar nicht so verkehrt, das Teil, und, und den habe ich aber nicht getrunken, weil ich halt echt lange fahren musste, und ich nie trinke, wenn ich fahre, also wirklich, 0,0, äh, ein Schnäpschen, ein Pfefferminz, Tropfen Minzlikör, das war bei mir auch noch mit drin, und wie gesagt, und die Medaille, mega, und dann für mich, Leute, und das kann ich euch jetzt sagen, ist zwar mal was anderes, aber, da, 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 habe ich es heute vorgezogen, und es ist kein Scheiß, das ist mein Produkt der Woche, das Teil habe ich nämlich schon, muss man gucken, habe ich wahrscheinlich noch im Auto, aber das ist, einer der roundigsten Cache, die es gibt kann ich euch sagen schau mich kennt den schau mir hat ihn auch es bei schau mir etwas anders geformt das ist quasi eine runde variante aber das ding ist genial warum umiertes netz also wirklich immer super da kann sich kein haken dran verirren und wer den kescher vom schau mich kennt aus den videos wenn er auf zander und barschen so unterwegs ist hier verriegler gezogen einmal hochgeklappt zack also es geht zack dann ist das ding offen habt einen kurzen stil für zb das bellyboot fürs ufer kajak was weiß ich was wenn ihr dann sagt ihr müsst über beim angeln zum beispiel auf forelle über schilf hinweg oder ihr müsst eine steinpackung runter auch nur einmal dran ziehen wir können diesen ganzen kescher auf zwei meter länger ausfahren und das wirklich stabil ausfahren also das kann jetzt halt nicht ganz zeigen aber glaubt es mal einfach wenn ich euch sage das ding ist jetzt zwei meter lang der stil wenn ihr dann euren fisch quasi reingeholt habt auch denn nur wieder zusammenschielen steckt das hier unten wieder rein habe wieder einen super kurzen stab könnte zusammenklappen und ich glaube so ist der unter 50 zentimeter nur lang das ganze teil könnten euch einen gürtel hängen oder eine angel tasche oder weiß der kuckuck was und ist mega geiler wirklich ein geiler kescher wie gesagt ich habe den schon das ist jetzt quasi der zweite ist nicht schlimm dann habe ich eine für jede angel tasche mit der ich unterwegs bin aber ist wirklich geiler kescher das sage ich euch besorgen und nein bin ich auch ehrlich ich empfehle ja nicht nur euch sachen die es bei easy zu kaufen gibt sondern sachen die ich grundsätzlich gut finde diesen kescher weiß ich hatte auf jeden fall nicht im online shop aber den im laden hat weiß ich gar nicht aber auch eigentlich egal wie gesagt ich empfehle euch das was ich gut finde ich fand das so klasse dass es diesen kescher für jeden teilnehmer gab wirklich für jeden teilnehmer ausnahmslos plus eben anderes zeug halt habe ich euch ja gerade gezeigt das passte wie gesagt weil es ein final angeln war kostet das angeln dort auch nichts das ticket ist ja der eintritt und besatz oder irgendwas brauchst du nicht zu bezahlen es gab abends richtig fettes buffet vom feinsten mit spareribs mit brisket glaube ich also rinderbrust mit cool pork mit fischplatte mit vorspeise mit also so eine suppe gab es und mit hackfleisch drin mega mäßig so und das war echt cool das war alles in clou man brauchte nichts zu bezahlen außerhalb wenn du der getränke gekauft hast habe ich auch definitiv und ja aber war gratis so jetzt ich muss mal gerade für zwei sekunden einmal kurz die kamera ausmachen dann zeige ich euch noch was sekündchen und zwar möchte ich euch noch eine kleine story erzählen was mir da am wasser passiert ist ihr müsst euch vorstellen der max angeln leute mit die gehen mit 14 high end aufgebauten teilweise handgebauten ruten ans wasser angeln 14 ruten wir haben die montagen teilweise zwei oder drei mal mit dass wenn sie eine abreißen oder tüttel haben sie die route nur noch wegschmeißen müssen nächste rute nehmen können weiter angeln können max ist da angetreten mit vier routen ich habe noch zwei drei routen mehr die sind aber kaputt da muss ich erst noch ersatzteile über easy bestellen aber die sind kaputt ich hatte vier routen hätte auch nicht mehr rollen und ich wollte auch gar nicht mehr mitnehmen ich bin also kein freund von aber dann diese vier routen natürlich in so einen routen ständer gestellt und tremarella routen ständer mit dem ich überhaupt nicht klar kam ständig haben sich die spitzen oben vertützelt ich hatte nur klüttel bei hatte meistens immer nur effektiv überhaupt eine einzige route manchmal auch ja zwei bei denen ich angeln konnte die anderen musste ich ständig neu binden und haben sich dann wieder beim platzwechsel verhakt und so weiter womit ich nicht so gut klar kam bin ich auch ehrlich ist dieses thema diese langen routen diese umstellung von ul 1 80 1 90 2 meter auf vier meter vier meter 20 teilweise vier meter 80 ist zu krass weiß ich nicht und ich habe das problem aber schon identifiziert und es gibt ja auch von paladin diese kurzen routen die short serie und ich habe auch da dann in der letzten runde neben dem ole geangelt ole ist team angler aus dem team paladin ich kann euch sagen der ole ist einer der konstantesten angler die ich kenne der fischt immer gut der hat gibt es noch nie erlebt dass der schlechten tag hatte der ist immer ganz oben mit dabei ausnahmetalent und neben dem habe ich geangelt patrick winkelhorst und er die beiden die dessen sich immer so ein bisschen gegenseitig und auf jeden fall mit dem gesprochen habe gesagt hier wie schaut das aus und ich sag mit den routen ist mir brauche ich um handling her brauche ich da zu lange um da reinzukommen und erzählt dass ich mir also short routen kaufen möchte ach ja ist ja ist ja gut und wer vielleicht hilft das ja so der ole ist dann weiß ich nicht ich weiß gar nicht wie vierter sorry ole wenn du das sehen soll dass ich weiß gar nicht wie vierter geworden ist vierter glaube ich oder sowas vierter fünfter irgendwie so auf jeden fall wieder granaten gut geangelt und ole hat drei routen gewonnen bei normal lange und eine short route und ab einer gewissen platzierung musste ein paar worte sagen und er hat sich das mikrofon genommen von hat gesagt leute eine sache nur eine route werde ich direkt verschenken und zwar an jemanden dieses ganze angeln das wir betreiben eigentlich überhaupt nicht kann oder für den das alles komplett neu ist und er war trotzdem auch durch seine mediale reichweite irgendwo angeln kann so ist es nicht aber der seinen normalen wohlfühlbereich verlassen hat zu uns gekommen ist bei uns geangelt hat das auch nicht selbstverständlich sich sowas zu trauen wenn man irgendwie eine ultraleitszene jemand ist so ungefähr das formuliert er sagte ich hätte mir heute gesagt er kommt mit den langen routen nicht klar und max ich habe eine kurze route gewonnen kommen nach vorne die schenke ich dir was soll ich sagen leute heiße heiße die route habe ich vom hole geschenkt bekommen ich habe könnt ihr könnt es mir glauben es klingt blöd sage ich auch nicht nur so oder aus quatsch oder aus spaß habe schon häufiger sachen in meinem leben geschenkt bekommen mir hätte auch jemand eine 3 400 euro 500 euro rute schenken können ich habe ich hätte mich nicht doller freuen können als über diese route soviel kann ich euch sagen da ziehe ich den hut vor das ist ein zug gewesen ich war sprachlos bin ich auch ehrlich ich wusste nicht ihr wisst das ja ich kann das ja nicht so gut so ich habe mich da tierisch drüber gefreut und wie gesagt leute wenn oder das sehen sollte hier liebe geht raus ohne mega mega feiner zug auf jeden fall also da hast du dir ganz ganz viel liebe verdient mega seht ihr ja immer noch freue mich immer noch wahnsinnig drüber über den zug so ein feiner zug so ein cooler mensch einfach so eine coole einstellung dazu so lässig so emotionale schöne worte der mich wirklich berührt fand ich ganz toll wie gesagt die werde ich in ehren halten die werde ich auf jeden fall bei der nächsten pete fischen die wird in ehren gehalten so viel kann ich verraten das wollte ich euch noch kurz zeigen dass man mir auf jeden fall noch mal wirklich dort auch noch mal meine dankbarkeit auszudrücken an ole wie gesagt mega 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 genial ja und dann abschließend mein buddy patrick winkelhorst der das ding sogar gewonnen er hat die veranstaltung gewonnen patrick gigantische leistung von ihm unglaublich also das soweit das war mein wochenende bei der peter so peter nicht peter peter so der sache der angler sascha trainiert voss mit gefischt ich bin mir nicht sicher aber jetzt muss ich erst mal ganz zum schluss ganz zum anfang haben wirklich so viel wie schnackt jetzt über wichtige themen und ich gucke erst mal durch wie vielleicht sind ja schon noch fragen gestellt worden die ich jetzt überlesen habe ich gucke noch einmal schnell drüber mike schreibt noch community service ich war seit einiger zeit auf der suche nach einer günstigen und optimalen lampe für meine box in der dunklen jahreszeit auszuleuchten die ja für mich ist die camping solar leuchte von jefa kostet im shop zehn euro und bei ihr um die fünf euro wird 120 lumen plus solar plus batterie und dabei noch kompakt bin begeistert hat er gepostet hier ich muss doch glatt mal an hier so er sagt da muss man noch einen punkt setzen und mir die kraft war an leute das ist jetzt da muss ich jetzt aber mal kurz gucken ja war ein luschen ach so so eine richtige campingleuchte na ja kann ganz gut sein allerdings ich muss mal gucken wo ich meine hauptsache im nächsten stream zeigen vom letzten jahr aus dem adventskalender noch erleuchte diese pop light die lampe quasi du ausziehen kannst und nimmst hinten den magneten weg dann fängt die an zu leuchten ich habe mir ein bisschen was abgeguckt von udo rohrbeck der hat sich eine unterlegscheibe oben in die mail geklebt diese pop light wie gesagt einmal wenn die zusammengeschoben ist kannst du wie eine normale punkt taschenlampe ausleuchten wenn die auseinander ziehst hast du auch diesen 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 lampen effekt 360 grad ausleuchtung würde wie gesagt unterlegscheibe in die mail klebst kannst du das ding da draufsetzen klack und du leuchtest auch perfekt die mail heraus von der leuchtweite reicht das dicke wie gesagt das teil finde ich auch genial gerade weil es eben nur so klein ist und du es einfach in die mail reinlegen kannst du brauchst nichts separates also guckt euch das ding vom mike mal an oder wie gesagt pop light werde ich vielleicht sogar stadt aus dem letzten jahr mega genial hat der udo wirklich schön umgesetzt also die idee kommt nicht von mir die kommt vom udo da props gehen raus udo ich war nicht erst erfunden hat aber ich habe es für gut befunden man das ist hier schon wieder los jetzt der fokus wieder dafür gut befunden und umgesetzt so so ich war wochenende bin hired und habe meine neue da war es so limited 62 ml sm tt getestet erfangen los mega genial hat abgeliefert 12 fische mit rooney twister und falken wobbler nach der eradicator echter fan der premium klasse geworden habe auch gestern gesehen dass es bei asb tackle rodeo kraft immer tage direkt zu mitnehmen gibt gibt es nicht im online shop aber so exquisite sachen hat der easy immer mal wieder da und immer mal wieder da müsste aber persönlich hinfahren und ihn nachfragen manchmal ist das gar nicht schlecht so phishing matti guten abend an alle wollte kurz was loswerden ich wollte kurz beim easy und seinem team bei asb tackle so es geht los mit adventskinder bestücken wahnsinn was die jungs da leisten da steckt schon richtig viel arbeit drin an alle die noch kein adventskinder besitzen unterstützt die jungs eines noch gesagt da kommt was richtig geiles definitiv und ich kann euch auch so viel verraten leute wenn der post noch nicht draußen ist dann wird er jetzt kommen wir laufen auf den endspurt zu es sind über 70 prozent aller kalender verkauft worden und wie gesagt wir hatten schon eine gewisse menge leute aber 70 prozent sind weg so das bedeutet wenn weg dann weg ja wir haben nichts mehr hinterhand kein backup wenn die verkauft sind online jetzt im vorverkauf gibt es auch keine mehr im laden also man kann dann nicht sagen ich hole mir noch einen aus dem laden wenn weg dann weg wie gesagt die fangen jetzt an zu bestücken wir hoffen dass die sag mal anfang november versand fertig sind für euch dass wir eine riesen schwung raushauen können und ich kann euch eins sagen wenn die ersten welche haben oder auch vielleicht wieder leute im vorfeld die dinge aus auspacken und den inhalt posten spätestens dann geht noch mal eine bestellbälle los und wer dann noch keinen hatte der wird pech haben hat meine worte leute also wer noch einen haben möchte besser jetzt zuschlagen über 70 prozent schon verkauft so viel als tipp wenn weg dann weg so mike fragt frage ich war die letzten wochen mit viel mit wobbler angeln und hat relativ viele fehlbisse auf wobbler woher kommen die vielen fehlbisse sprechwelle ist die kurz dran ist und dann weg was hinter eure erfahrungen und wie kann ich viel bisschen minimieren haken wechseln genau schreibt fanglos schon hatte auch zwei aussteiger auf wobbler ja du musst gucken die haken wie gesagt das kann punkt sein aber ich glaube mike wechselt die alle durch zumindest laut seines guides wechselt er die durch was du noch machen kannst ist den trick habe ich ja verraten jetzt oder vorletztes mal beim stream du kannst wenn du den hinteren also die robloos wobbler haben ja hinten zwei sprengringe du kannst ein sprengring weg lassen und einen wobbler haken verbauen mit noch mal einem gedrehten öhr dann kannst du größere haken fischen bei gleichem gewicht ohne dass sie sich ins gehege kommen das minimiert auch noch mal deine aussteiger oder fehlbissequote und zum anderen ganz ehrlich wobbler sind auch halt einfach anfälliger und möchte ich es mal formulieren für die ganze geschichte es ist halt einfach so weil gerade die normalen portions forellen den wobbler auch selten komplett aufnehmen können sondern der haken fast immer nur außen irgendwo hängt größere lachse die können sich so ein ding mal rein pfeifen aber die meisten portions forellen halt eben nicht also von daher das ist schon ein bisschen ja schon ein bisschen schwieriger deswegen also aussteigerquote ist dort leider ein bisschen bisschen heftiger das ist so 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 was soll ich habe von erstmal noch mal den matz road area ein bisschen unterschlagen hat von 245 jetzt rausgehauen weil er wo ich das mit dem oder erklärt habe und hat er gesagt was eine coole aktion von ihm ist auch so megatyp stef 79 fand das auch gut wahrscheinlich dass ich hier noch ein paar fragen beantwortet habe und auch noch mal 100 bits rausgehauen so so gucken wir mal durch wieder ganz viel gratuliert so schreibt ja sind echt starke granaten dabei da kannst du mega stolz drauf sein ja dankeschön wie gesagt bin ich auch auf jeden fall mit der trammarella geschichte das hat schon spaß gemacht war cool wichtig ist dass es dir gefällt schreibt man muss ja das gefällt mir auch also ich finde es eine ganz wichtig ganz witzige alternative das heißt witzige alternative andersrum ich denke mir einfach es gibt einen moment den moment wird jeder von euch kennen am teich hier steht am teich die forellen stehen oben und fressen nicht mehr gerade so lachsforellen wenn du eine angeln art beherrscht denkst du auch mit ul diese fische noch ist aber sehr schwer und ich kann euch eins verraten das hat der schaum schon live schau ich war noch nicht mit patrick warst du oder schau ich warst du dabei mit papa mit patrick beim angeln ich glaube nicht mehr aber der sascha also nicht der jetzt hier gerade sondern der sascha im laden bei easy und der ismail auch die haben sich das angeguckt der patrick winkelhorst guckt sich die fische an er sagt der frisst die an und der fisch frisst es ist ein typ ich denke ich denke ich das ist es klingt so blöd aber das ist wirklich ein forellenflüsterer weiß wirklich ganz genau wie es läuft ganz genau und ich kann euch so viel verraten wenn ich gegen den angeln würde mal so das vorfand ich hätte keine chance weder mit ul noch mit tremarella noch mit sonst was keine chance gar keine chance 0,0 er sieht die fische der weiß was die fische brauchen wie sie es haben wollen der typ ist krank wirklich in positiver hinsicht der typ ist krank davon gibt es viele dort bei der pete der weiß ganz genau was oder die wissen ganz genau was los ist deswegen also das ist wahnsinn da kommen wieder hier die so leute werden noch gerade wie pop light gesprochen ob mal auf unseren knuddelbär udo ist verlassen fotos kann ich euch jetzt zeigen er hat kurz ein foto gemacht zur pop light und wie er das angebracht hat wie gesagt die idee ist mega noch mal idee kommt nicht von mir ich zeige es euch aber so sieht das ganze aus wie gesagt jetzt einfach mit so ziemlich starken doppelseitigen gewebe klebeband das ist nämlich zufällig das klebeband das ich auch für meine kühle akkus genommen habe könnte das vielleicht sein mein lieber udo das ist es nämlich auch genommen und hat sich hier einfach eine unterlegscheibe in den deckel geklebt so und dann kannst du einfach diese pop light das jetzt dieser punktuelle strahl einfach da drauf knallen und dann ist die an du kannst punktuell was was ich ein spoon aufladen oder sonst was oder die glow gummi köder aufladen das ist jetzt mal im dunkeln du kannst aber auch einfach die pop light wie gesagt ausziehen dann hast du diesen lampen effekt 360 grad und guckt euch das an wie hell das ist das reicht für sachen binden sachen raussuchen dicke das ding ist magnetisch das hängt da oben dran das geht nicht ab zumindest nicht vom normalen gebrauch haben jetzt deckel zuschlägt dann ist es ab das denke ich klar aber sonst von der normalen benutzung wird es nicht abgehen so das ding die idee ist mega hat udo cool gelöst wie ich finde reich dicke und die kriegt da oben in jede meiho kiste halt also wie gesagt auf udo ist verlass cooler mod passt auf jeden fall so stef 79 idee wo ich eine soare c4 muss meinst du wahrscheinlich c2000 sspg herbe und neu herbekomme ne ist schwierig dran zu kommen häufiger werden mal welche bei ebay kleinanzeigen vertickt auch neu muss immer mal rein gucken ich mache zum beispiel so bei den sachen die ich wichtig finde habe ich mir über ebay kleinanzeigen so ein alert rein sobald dann jemand zum beispiel soare was mit soare einstellt kringelt mein telefon bing neue anzeigen und ich kann mir direkt angucken mach das auch mal also das ist nicht schlecht so schau mich schreibt noch eines der bisher besten cash hat ich gekauft habe ja dieser parodien cash hat es gigantisch nice ich habe den fox rage street fighter fürs street fischen der ist 1 der 1 zu 1 aussieht das kann sogar sein auch gesehen der hier ist nur bedeutend günstiger ich glaube dieser cash hat hier kostet 30 euro oder so 25 30 35 euro nagell mich bitte nicht auf den cent genau fest ding ist super günstig so und so so und schreibt ich habe den renzklang direkt nach dem job in der schule bestellt weil ich angst hatte dass er direkt ausverkauft ist habe ich vorgestern den zweiten bestellt. Mats, ja, ich garantiere es dir. Tuti Trutter hat was rausgehauen und zwar an Sascha der Angler, nämlich ein Sub. Sascha, gib dem Tuti Trutter mal einen dicken Kuss auf die Nuss. Ja, du bist jetzt auch Abonnent meines Kanals und Tuti Trutter natürlich auch von meiner Seite aus. Vielen lieben Dank hier für die Unterstützung. So, du wirst es nicht bereuen, dass du noch einen zweiten gekauft hast. Ich kann euch nachher noch mal eine Kleinigkeit zeigen. Ich mache euch nachher noch mal so ein bisschen scharf auf die Inhalte des Kalenders. So ein bisschen was kann ich ja schon mal. Spoiler nicht, das war das falsche Wort, aber ihr werdet es gleich sehen. Können wir gleich noch kurz machen, bevor wir den Stream beenden. Das wird noch mal ein Highlight, kann ich euch sagen. Isa, wann kommt ein Livestream mal wieder vom Angeln? Ja, das ist das Problem. Ich kann das gerne mal wieder beim Angeln machen. Das Problem ist jetzt, jetzt kommt die dunkle Jahreszeit. Wenn ich morgens am Teich bin, wenn es quasi beißt, wenn was geht, ist es dunkel, kann ich nicht streamen. Wenn es dann hell ist, geht nicht mehr viel und das Problem ist wirklich jetzt, ich habe viel darauf geachtet, wenn ich in Holland bin, kann ich nicht streamen. Das funktioniert nicht. Datenvolumen, Ausland, Roaming und so. Weiß ich nicht. Ist mir ein bisschen zu tricky, ehrlich gesagt, weil ich glaube, ich weiß nicht, ob ich es in meinem Vertrag habe. Ich weiß es nicht genau. In Deutschland geht es. Das Problem ist, die Anlagen, in denen ich bin, zum Beispiel im Steinbachtal, der Empfang ist da jetzt nicht so geil. Oder bei uns hier, wo ich das letzte Mal gestreamt habe, in Bünde am Siegsee. Das war auch eine mittelschwere Katastrophe. Da könnt ihr die Udo mal fragen. Wir hatten exakt so einen Spot, da hatte ich Empfang, dort konnte ich streamen. Soweit ich dort weggegangen bin, war vorbei. Ging gar nichts mehr. Also müssen wir mal schauen, ob wir das mal irgendwie machen können. So, fang los. Wie sieht das eigentlich mal aus mit einem gemeinsamen Angeln aus? So viele, so mit vielen aus dem Stream, eine Teichmiete. Wie gesagt, liebend, 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 liebend gerne. Bin ich sofort dabei. Ich werde mit dem Easy nochmal darüber sprechen. Wir konnten jetzt eine lange Zeit nicht machen. Aufgrund von den Corona-Verordnungen und so weiter und sofort. Jetzt, wo auch die ganzen Veranstaltungen wieder losgehen, werde ich es mit dem Easy nochmal besprechen. Ich sehe den eh Ende diesen Monats. Persönlich. Da werde ich nochmal mit ihm über ein paar Sachen schnacken. Und da werde ich das Thema auch nochmal ansprechen, dass wir jetzt wirklich irgendwann im November, Dezember vielleicht mal was hinbekommen. War doch schön. So ein schönes Angeln, wie hier unter uns. Ja, dann sehen wir uns vielleicht auch mal alle. Wir müssten dann aber halt wirklich auch alle kommen. So, dann könnten wir das tun. Dann müsste ja aber auch alle kommen. So. Der Obstfrisse 2. Wie heißt der Traumköscher? Musste ich nachgucken. Paladin Carbonet, glaube ich, heißt das Ding. Muss ich mal gerade gucken. Ja, Paladin Carbon Teleskopkescher gummiert. Rund 1,90, 45 mal 40 mal 35. 32,99 kostet er. Als Beispiel. Also Paladin Carbon Net. Oder Tele... Paladin Carbon Telekescher. Das Ding ist genial. Mike fragt. Frage, ich habe mir vor ein paar Wochen das Mora Kompagnon Messer, Fischmesser, Jagdmesser zugelegt und bin damit sehr zufrieden. Welches Messer könnt ihr mir für den Kiemenschnitt empfehlen? Möglichst kompakt, klein, scharf. Ganz ehrlich, solche Geschichten habe ich mir... Also ich habe ein bisschen was gefuckelt. Warum nehmen wir es mal so? Ich habe mir von... Für den Kiemenschnitt habe ich mir von... Damit nehme ich auch sehr gerne meine Fische aus. Äh... Eine holländische Firma, ich muss nur gucken, ob ich es finde. Ja... Hier habe ich es, glaube ich, gefunden. Also wie gesagt, es gibt auch bestimmt ganz, ganz viele tolle andere Messer. Ich zeige euch jetzt einfach, was ich habe. Und dann... Seht das, weil das ist auch nicht teuer. Ich zeige es euch. Das Messer hier habe ich. Und das habe ich mir vor Jahren bestellt und ich bin top zufrieden. Das ist ein Heringsfiletiermesser. So schimpft sich das. Ist kein... Ich weiß nicht, ob es ein Heringsmesser ist. Keine Ahnung. Für 7,95 ist höllisch scharf das Ding. Höllisch scharf. Und ich habe so gemacht, ich habe hier hinten ein kleines Loch eingebohrt hier hinten. Und habe dann ein Stück von einem... Also ich habe einen Teelöffel. Habe ich dort eingeklebt mit Epoxidharz. Und jetzt kann ich perfekt auch beim Ausnehmen den Fisch aufschneiden. Gehe das Messer nur noch um. Habe einen Löffel dran. Kann sofort die Nieren alles rauskratzen. Perfekt. Das Messer habe ich und damit mache ich meine Kiemenschnitte. Weil das Ding ist höllisch scharf. Kostet 7,95. Kommt auch mit so einem Kunststoff-Sleeve vorne für die Schneide, sage ich mal. Und hat vorne auch so einen Spitzenschutz mit dran. So einen Kunststoffring mit so einem Schlitz drin, das man auf die Spitze machen kann. Und das knall ich mir immer in die Mayo-Kiste rein. Das Ding ist genial. Das nehme ich super, super gerne. Und wie gesagt, habe ich jetzt schon seit 3 oder 4 Jahren immer noch mega scharf das Teil. Gibt es in verschiedenen Farben und kostet nichts. Wie gesagt, blau, grün, schwarz. Ich habe es, glaube ich, einmal in schwarz. Unmodelliert quasi ohne Löffel hinten drin. Und einmal in blau mit Löffel hinten drin. Die Teelöffel habe ich mir einfach beim Action geholt. So ein 5er-Pack für 2,99 oder sowas. Mega Teil. Kann ich auch vielleicht mal ein Video darüber machen, wie ich das umgebaut habe, wenn ihr möchtet. Was richtig cool ist. Jetzt backt sie natürlich rum die Seite. Aber das komplette Messer hinten ist komplett gummiert. Das hier. Das ist wirklich so ein richtig mega fester Kunststoff. So ein Gummizeug. Und selbst mit nassen Händen, wenn du das Messer in der Hand hast, du rutschst nicht weg. Du schneidest dir nicht in die Pfoten. Das ist mega gut. Und wie gesagt, ihr seht das auch. Gepolsterte Handgriff und so weiter. Kunststoffgriff in grün und in gelb. Klinge 8 cm. Antibakteriell, ögonomischer Griff und so weiter und so fort. Wie gesagt, hier diese Messer. Ich habe davon auch noch hier die Filetiermesser. Flexibel und ein starres. Habe ich von denen mega gut. Also die mag ich sehr, sehr gerne. Diese Messer. Wie gesagt, da habe ich ein paar von. So ein kleiner Geheimtipp von mir. Den Tipp habe ich damals von Big Flo bekommen. Ich denke, ihr werdet ihn noch kennen. Big Flo. Der hat sich auch so ein Ding mal genauso umgebaut. Wie gesagt, damit bin ich sehr zufrieden. Sehr schöne Messer. Extra speziell für Fisch. Hier ist auch das Tranchiermesser im Übrigen. Hatten wir ja letztes Mal im Stream. Mega Messer. Wie gesagt, das Messer nehme ich. Alternativ, wenn du es sagst, du willst es noch kleiner, noch handlicher haben. Ich habe mir von TFT bzw. von Fishing Tackle Max so einen Totschläger mal gekauft. Da ist vorne so eine Klinge dran, die du so draufschrauben kannst. So ein Dorn, was du machen kannst. Ich habe ja so ein Spezial Totschläger aus Edelstahl und so mit Paracord drumherum und so. Du kannst... Vorne ist ja ein Loch bei mir drin mit dem Gewinde. Ich habe mir quasi diese Klinge genommen, habe die ein bisschen geschärft. Einfach ganz normal. Messerschärfer quasi, bis das Ding hölle scharfer und richtig spitzbar. Da habe ich hinten ein Stück von diesem... Du hast vorne noch quasi die Klinge. Dann hast du so eine Art Rundstahl nochmal und hinten dran so ein Propfen. Den Propfen habe ich einfach abgekattet, habe mir ein Gewinde drauf geschnitten. Jetzt kann ich die Klinge quasi bei mir vorne am Totschläger festmachen. Kann eben den Fisch weitgerecht betäuben und dann eben mit einem Kiemschnitt töten. Ist perfekt. Wenn du es noch kleiner haben möchtest. Aber wie gesagt, das Messer ist genial. Schau, wie Angel schreibt. Also beim CX hatte ich mit Telekom voll zu empfangen. Ich habe auch die Telekom. Vielleicht hat sich was geändert. Keine Ahnung. Vielleicht klappt das bei Eddie mit live. Ich hoffe. Also wie gesagt, wir können viele Dinge mal probieren. Ich wollte demnächst auch mal zum Eddie. Kann es sogar passieren, dass ich nur die kleinen im Achillabweitschen mal mitnehme. Aber ich muss noch ein, zwei Kleinigkeiten dafür bauen. Und dann, dass ich da vielleicht nochmal so einen Übungstag irgendwie reinschiebe beim Edding. Da geht das nämlich auch ganz gut. Ich sage zu und komme dann doch nicht. Habe Angst bei so vielen Menschen. Ach, hör auf. Ich bin auch mit dabei. Schreibt Matt's Trout Area. Ja, cool ey. Leute, wir wollen mal gucken. Ja, Udo schreibt auch nochmal. Das, was du von mir hast, da ist sehr gut. Das zum Umhängen. Da habe ich auch schon mal auch im Stream gezeigt. Ich habe vom Udo so ein kleines Messer. Das habe ich bei mir immer im Auto liegen. Einfach, weil das perfekt ist. Da kannst du dir mal einen Apfel mitschneiden. Das ist höllscharf. Da kannst du auch mal einen Brief mit aufmachen. Einfach so einen Arounder. Den habe ich immer im Auto, wenn ich irgendwie unterwegs bin oder so. Das Ding ist genial. Ja. Da bin ich aber auch ehrlich, Udo. Nehme ich tatsächlich nicht für die Chiemenschnitte, weil mir das zu schade ist. Also ich probiere das wirklich zu hegen und zu pflegen. Und das war so ein tolles Geschenk von dir. Und das möchte ich dann. Ja. Dafür ist es mir einfach. Weißt du, wie ich das meine? Dann nehme ich lieber meine alten Messer für. Anstatt wirklich das tolle Geschenk dafür irgendwie zu nehmen. Nehme ich dann so für die sauberen. schönen Sachen, in Anführungsstrichen. Zum Beispiel, wenn ich tierisch auf ein Paket gefreut habe und das aufmache. Udo, dann nehme ich zum Beispiel das Messer für. Äh, ja. So, Micha ist raus. Der haut sich ins Bett. Gute Nacht, Micha. Hey. Switch Support. Sie haben sch gesagt. Zweite Verwarnung. Ah, ja. Max, was hat ihr hier zu unserem Wunsch? Die Softlogic Hooks sind seit 8 und 10 produzieren gesagt. Ähm. Ganz einfach. Ähm. Ich habe mit ihm drüber gesprochen. Ähm. Problem ist, wir haben wieder zwischen Tür und Angel nur gesprochen, weil da ist gerade echt Land unter, auch aufgrund der Kalender-Vorproduktion. Äh, er hat den Stream auch noch nicht geguckt. Ich habe mich schon vorgewarnt, dass da was kommt. Normalerweise guckt der wirklich immer sofort den Stream, wenn er durch ist. Allerdings hat er das diesmal eben nicht geschafft, weil, wie gesagt, Land unter ist. Momentan wirklich Land unter ist. Heute waren zum Beispiel vier Vertreter da. Und so weiter und so fort. Ähm. Da hat er da nicht den Kopf für gehabt, sich schon den Stream anzugucken. Er hat aber gesagt, Größe 8, Größe 10. Ja, ist machbar. Wir müssen allerdings nochmal da mit VMC halt eben sprechen und auch mal gucken, was dort noch angepasst werden muss, quasi. Ähm. Wir müssen eh gucken, wie viel wir von den Haken noch haben, was wir nachbestellen müssen und so weiter und so fort. Ähm. Ja. Also da müssen wir schauen. Aber er hat es definitiv nicht ausgeschlossen und er hat gesagt, wenn die Community das haben will, dann müssen wir das angehen. Nur bei solchen Geschichten, gerade weil ein großer Hersteller dahinter steht, kann ich halt echt nichts zum, äh, zum zeitlichen Aspekt dahinter sagen. So. Äh. Mike schreibt ja, ich muss meinen Text mal wieder bei Twitch anpassen. Ja, das stimmt. Da gebe ich dir recht. Und UWA-Fangbegrenzung finde ich sinnvoll. Ich finde, man sollte viel mehr Dinge begrenzen. Sollte dafür andere Sachen aber auch einfach aufheben. Wie gesagt, diese ganze Anti-Catch-and-Release-Regelung in Deutschland finde ich einfach absolut. Zum Kotzen. Ähm. Dann braucht man sich auch nicht wundern, wenn Bestände auf gut Deutsch, äh, spinnen. Ich meine, man muss jetzt fairerweise sagen, bei, ähm, bei Dorsch und Hering ist es jetzt nicht der normale Angler, der den Dorsch und den Hering so, äh, plattfischt, sage ich mal. Sondern es ist eher die Fischindustrie, in Anführungsstrichen. Bei anderen Sachen allerdings, wie gesagt, wenn es einfach vernünftige Catch-and-Release-Regelungen geben würde, grundsätzlich. Und man es auch irgendwo dem Angler überlassen kann. Und sollte. Ob man jetzt einen Fisch mitnimmt, verwertet oder nicht, glaube ich, könnten sich viele Gewässer einfach wieder erholen. Weil ich würde zum Beispiel nie, äh, ich habe es schon gelesen, Udo, schreibe ich dir gleich drauf. Würde ich zum Beispiel nie hingehen, ähm, würde so ein Meterhecht oder sowas abknüppeln. Ich will nicht wissen, wie viele hunderte, wenn nicht sogar tausend Nachfahren dieser Fisch schon gezeugt hat. Was der für starke Gen hat. Wie alt der auch schon ist. Wahrscheinlich schmeckt der noch nicht mal. Warum soll ich den abknüppeln? Warum? Ich bin ein Freund von so einem Entnahmefenster, dass man sagt, okay, alles zwischen hm und hm kann mitgenommen werden. Die Betonung sollte liegen auf kann und nicht auf muss. Das ist so das Ding. Richtig. Eigenverantwortung, sagt Uwe. Ja, zu Recht. Meine, wir Angler sind, das ist nun mal so, die größten Naturschützer, die es in Deutschland gibt. Ja, mit Jägern zusammen und sowas. Aber ich glaube, es gibt bedeutend mehr Angler als Jäger. Also, ich damit sagen möchte, es bekümmeln uns so stark um unsere Gewässer. Ähm, Lukas, mach's gut. Schönen Abend. Ha, aber zum Schluss, bevor er raus ist, hat er doch mal 300 Pits da gelassen. Lukas, du Schlingel. Vielen Dank. Und Fanglos hat auch noch mal rein abonniert. Fanglos, megamäßig. Vielen lieben Dank für dein Abonnement. Ähm. Ja, und wie gesagt, grundsätzlich sind die größten Naturschützer. Warum sollte man uns nicht dann auch die Verantwortung überlassen, ob man Fisch zurücksetzt oder nicht? Wisst ihr, wie ich das meine? Wenn er tief geschluckt hat, klar werde ich den erlösen, klar werde ich den mitnehmen. Aber warum sollte ich, wenn es keinen, es gibt zum Beispiel an vielen Seen kein Mindestmaß bei Barsch. Warum soll ich so einen 10 cm Barsch kaputt hauen? Was soll ich mit dem machen? Dann könnte ich meinem Hund geben. Ja, das wird gehen. Aber wo ist der Sinn? Also, ich würde das Ding nicht essen. Chef 79, 100 Pits. Grüße gehen raus. Dankeschön, mein Freund. Also, wisst ihr, was ich meine? Warum, ich würde ihn nicht essen. Davon bräuchte ich dann 30 Stück oder so, bis ich satt werde. Weil ja solche Fischfilets bei rumkommen. Keinen Sinn einfach. Keinen Sinn. Deswegen, ist meine Meinung. Meine Meinung einfach, es sollte ein Empfangfenster geben. In dem kann man mitnehmen, muss aber nicht. Und dann ist in Ordnung. Dann kann jeder eigenverantwortlich selbst entscheiden. Dass ich am Forellensee natürlich meinen Fisch mitnehme. Eng. Aber warum sollte ich einen 10 cm Barsch mitnehmen? Oder andersrum. Warum sollte ich einen 51 cm Barsch mitnehmen? Du schreibst. Trophäenjäger. Kann ich auch alles verstehen. Aber für mich ist doch die Trophäe. Der Fisch ist im Video. Oder ich mache ein schönes Foto davon. In der heutigen Zeit, wo jeder mega gute Smartphones hat. Die du an jedem Baum lehnen kannst. Überall auf jede Bank lehnen kannst. Kurz ein Foto davon machst. Oder von mir aus wieder auf der Scale liegt. So, dann machst du von mir aus nochmal irgendwie ein Selfie. Und dann schmeißt du das Ding wieder rein. Wo ist das Thema? Da muss ich nichts mitnehmen. Da muss ich... Und früher war es vielleicht mal modern. So einen Hechtkopf von so einem fetten Meter 20, Meter 30 Hecht auszustopfen. An der Wand zu hängen. Aber die Zeiten sind doch auch alle vorbei. Wer hat denn heute noch Tier-Trophäen irgendwo hängen? Wisst du, wie ich das meine? Oder andersrum hängen vielleicht. Aber wer lässt noch welche machen? Einer. Keiner. Das Thema ist eigentlich durch. Von daher... Auch geschissen. Aber Leute, jetzt gebt mir mal noch 10 Sekunden. Ich hole nochmal was Cooles. Ach nee, wir machen das nächste Woche. Wir machen das nächste Woche. Da gibt es dann ein paar Eckdaten. Zum neuen Köder, Leute. Aber wir machen es nächste Woche. Nächste Woche... Braue ich das jetzt raus. Heute ist es heute schon zu spät. Dafür ist es auch schon 21.37 Uhr. Aber nächste Woche erkläre ich ein bisschen noch was zum neuen Köder. Ich habe sie nämlich jetzt hier. Ich habe sie auch schon in Augenschein nehmen dürfen. Ja, Leute. Es ist leider zu spät. Tut mir leid. Also, mehr gibt es dann die nächste Woche. Vom neuen Köder. Und... Ja, ihr Lieben. Ich würde sagen, machen wir auch für heute einen Haken dran. Ein sehr emotionaler Stream. Mit sehr vielen... Du wolltest was zum Kalender sagen. Habe ich doch. Also, ich wollte was zum Kalender sagen. Dass ich den neuen Köder... ...der im Kalender enthalten sein wird. Jetzt habe. Und dass ich ihn jetzt testen kann. Und dass der neue Köder gigantisch gut wird. Wofür kann ich euch verraten. Also, die endgültige Verkaufsversion ist jetzt da. Die habe ich hier. Und ich werde euch jetzt, bis es losgeht mit dem Kalender, jede Woche mal versuchen, so einen kleinen Tipp zum neuen Köder mit an die Hand zu geben. So. Das wird... Das ist quasi... Also, das ist mein Highlight. Nicht spoilern, Max. Sonst ist die Vorfreude weg. Ich werde nicht spoilern. Ah, Udo hat keine bekommen. Oh, Udo. Gummiköder. Gummiköder. Also, wie gesagt. Ist ein Gummiköder. Habe ich ja schon so ein bisschen was dazu fallen lassen. Und jetzt kriegt ihr jede Woche einen neuen Mini-Hinweis. Einen Mini-Hinweis. Ich werde nichts zeigen. Ich werde nichts verraten. Aber ich denke, so ein kleiner Mini-Hinweis, den wir jetzt geben. So ein Brotkrümel. Guck mal, Mats hat es schon raus. So, der weiß schon wieder, was Phase ist. Aber wie gesagt, jede Woche vielleicht so eine Kleinigkeit. Eine kleine Nuance dazu. So, aber ich würde sagen, jetzt machen wir auch einen Haken dran, Leute. Wir machen einen Haken an den heutigen Stream. War sehr schön mit euch. Vielen lieben Dank. Oh, jetzt ist der Schaubi ein bisschen angepettiert. Aber es ist nicht schlimm. So, ihr Lieben, macht euch eine schöne Zeit. Ich bin raus. Ich hau mich jetzt ins Bettchen. Geht angeln. Haut was raus. Ja, verlinkt mich. Und wir sehen uns beim nächsten Mal, im nächsten Stream. Macht euch eine schöne Zeit. Und bis denn, euer Max. Ciao, ciao. 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 Untertitelung des ZDF, 2020